. . . . . . . Mir kommt gar nichts in den Sinn zu sagen. Es ist egal. Wartlos, Mann. Du, Läusel, über das reden wir dann zu Abend, gell? Das ist aber eine geile Aufnahme, oder? Das ist eine geile Aufnahme. Wie geht das? Ja, kommt es auch noch. Jetzt dürfen wir hier runter. Es gibt einen neuen Töpfchen. Hast du einen Auspuffiergedruckt? Der ist auf. Den kannst du doch drinnen lassen. Das Motorrad hält, der drückt mit dem Fuß. Den kannst du drinnen lassen. Der drückt doch nie bis da rein. Das Motorrad? Ja. Das Motorrad. Jetzt musst du halten, oder? Ein Schlosser. Oh! Es ist noch gegangen. Du musst nur mit dem normalen Zug drüber fahren. Und dann ist die Platte überhaupt abgehalten.